So eine Geburt von so einem Kind, da verändert sich alles. Wenn er lacht, das ist das Teuschte. Das Sparen muss man lernen und das kann man nur, wenn die Eltern das auch vorleben. Vorsorge ist schon wichtig fürs Alter oder wenn man arbeitsunfähig ist. Auch so jetzt mit so einem Haus, dass man Sicherheit einfach hat. Morgen sorglos sein soll für die Kinder auch gelten. Die wollen ja auch irgendwann mal eine Ausbildung machen, einen Führerschein. Den will mir ja auch den Grundstein legen, dass man nicht jetzt, was weiß ich, mit 18 oder so dann bei Null anfängt. Dass man dann halt einfach auch schon mit was auf dem Weg gibt. Growing up eine Sattelung, habe ich auch zitiere aligned mit dem Weg gezeigt, remembered owner, nicht wie vor, mit einer Sattelung im Lieferung vom Geld Bistus,